Herzlich Willkommen zur 21. Folge. Ich habe einen kleinen Vorschlag für euch, wie wir hier rauskommen. So, wir arbeiten uns Stück für Stück. Nein, nicht gerade stellen. Nicht gerade stellen. Stück für Stück arbeiten wir uns in die Richtung. Jetzt wieder hier rum. Jetzt wieder hier rum. Ne, ne, ne. Nicht gerade ziehen. Nicht gerade ziehen. Ne, ne, ne. Ah, es ist doch scheiße. Also das Problem ist, dass wir hier nicht rüberkommen mit dieser blöden Kante. So. Gehen wir uns nochmal langsam an. Kann man mehr hängen. Obendrauf. Das heißt, nichts mit dem Reifen zu tun. Gerade. Und zurücksetzen. Ganz kurz noch den... Vielleicht schaffen wir es da ein bisschen besser. Guck. 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 So. Der Rückert kann ich jetzt logischerweise nicht fahren. Schlechte Idee. Ach, jetzt bin ich wieder auf Tee gekommen. Eigentlich wollte ich nicht auf Tee. Nee, so rum. So, genau, so, und so, und so, und so, ja, 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 ich hätte es vielleicht etwas mehr nach hinten stellen können, ne? Fällt mir gerade so auf. Gut. Aber ich muss irgendwie eine Radpartie hier oben drüber bekommen. Wenn ich das hier drüben, da ist dann der Absatz noch tiefer. Aber auf der Seite, hier drüben, da ist der Absatz höher. Wie viel Zeit habe ich denn noch? Ich habe Restzeit 11 Stunden. Ist auch niemand in der Nähe, der mir helfen kann. Niemand in der Nähe. Guck mal, ich bin schon ein bisschen rübergerutscht. Das habe ich schon mal geschafft. Ah, gut. Oh. Sehr gut. Wieder gerade gekommen. Jetzt bin ich wieder so rüber. Irgendwie komme ich hier raus. So. Jetzt bin ich wieder gerade gekommen. Aber jetzt blockieren mich diese, diese Wassertanks. bis jetzt mal kurz voran raus ziehen. Ah, wir kommen hier schon mal ein bisschen voran. Ja, das war's. wir gerade ziehen sind wir schon ein bisschen weiter so 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 gibt es doch irgendwie eine Möglichkeit herauszukommen? gibt es doch nicht aber wir sind schon fast zu diesen Tanks vorbei gibt es doch nicht müssen sie uns jetzt wieder gerade stellen genau super ah ernsthaft ist das jetzt euer Ernst? so so wird der Sprit ausgehen, wir haben gleich eine Tankstelle es ist wirklich herrnisch ja jetzt, 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 jetzt ja, jetzt und und ich bin frei was mache ich als erstes? ich hole meinen Hänger aber wie viel Sprit haben wir noch? so geschickt angehen, jetzt, erstmal den da wieder einschalten ja, genügend Sprit ja, ich fahre am besten vor der Lanterne rein schaffe ich das? so, vier Schaden hat uns das genommen muss ich nur noch hier gerade rein kommen muss ich nur noch hier gerade rein kommen so, ich bin nur noch hier gerade rein wo bin ich schon, es ist hier angefahren, du schön Ach, an so'n Schild. Tee. Super. Ja, wir können ja mal kurz hier nochmal vorfahren. Komm, fahr vor. Ernsthaft, du hängst jetzt hier drin. Ist das jetzt dein Ernst? Oh, als alle Mühe umsonst. Jetzt, jetzt, jetzt. Nicht drüber fahren, nicht drüber fahren. Ja. Klappt das, klappt das, klappt das, klappt das, klappt das. Super. Weiter geht's. Muss auch schon die richtige Taste drücken. So. Jetzt fängt es ein bisschen stärker an und regnen. Ich halte mir doch mal den Scheinbeschein. Ach, so. Und weiter geht's, meine lieben Freunde. Und weiter geht's. Puh. Das war eine knappe Aktion. Eine sehr knappe Aktion. Abschuldigung. Junge wird's mita sofort. Auf. 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 Auf.